Lüchtern Leute und Herzlich Willkommen zu meinem neuen Klo und mir war Ren Wacker und zwar soll das angebliche Warcatch-Bee sein. Wir müssen erstmal einen Namen eingeben. Ich nenne jetzt einfach mal Frost. Na gut, dass wir dann mal sehen. Und Playmembers haben wir anscheinend glaube ich noch... Ah, ich kann mir ja... Wir sind einfach karrierte Katze oder gestreift oder getigert. Eine Regenbogen Katze sieht doch toll aus. Ich nehme mal so gestreift. Hier ist meine Katze. Sie find your clan members. Ah, jetzt finden wir da so seine clan members. Dann laufen die mal. So kann ich schlagen. So kann ich leider laufen. Und so mache ich gar nichts. Wie kann ich dann springen? So. Was ist denn, dass das sieht aus wie ein Pilz? Was? Was ist das? Wissen Sie das blöde member? Falsche Richtung würde ich gelaufen. Salü! Er läuft doch nicht weg! Und wie heißt er jetzt? Hat er einen Namen? Kleine member, komm mal her! Wir töten jetzt, was ist das? Ein Falke. Puh, kann ich hier das essen? Oder ist er zu fett für mich? Futter hin! Das reicht dann nochmal wieder? Was können wir jetzt gegessen? Da merkt mich nicht. Auf! Eine Katze! Unschiss! Ich bin ein Anführer. Ich bin... Ich kann jetzt schlecht sagen, ich bin Streifenstern. Hier oben schneit es sogar! Oh mein Gott! Wo ist denn das denn eine Bergziege? Bergziege! Bergziege! Juhu! Ich bin dein Freund! Ich kann dich jetzt retten! Oh, ich kann einfach... Ich kann einfach Wände! Oh mein Gott, das ist wirklich eine Bergziege! Oh mein Gott, die ist Agro! Puh, echt? Ist echt schwach! Das war Leadership! Oh mein Gott! Ich bin dein Freund. Oh mein Gott, das ist toll von Feilitzen! Hier hinten gibt's Pets. Das ist schon ein paar so fach. Spritten! Hab ich das eingesammelt? Nein, hab ich nicht. Und jetzt voll auf die Tür! Lauf! Oh mein Gott, lauf schneller! Die Waffen sind aber ziemlich... anhänglich. Anscheinend die Verfolgung von mir immer noch... Meine Katzen hier umbinden. Meine schicken Katzen hier. Ja, ich klicke auf die Karte. Achso, ich muss gar nicht auf die Karte klicken. Ziege aber egal. Ist die Schlange giftig? Muss mehr sein, dass du... Scheiße! Nein! Nein! Die Schlange war... ...giftig. Ich muss eigentlich nur das Buch einsammeln. Ich klicke irgendwie nicht. Das ist mir aber gerne. Ich muss nur durch das Buch rennen und dann kann ich sterben. Ist das egal. Mein Plan ist jetzt offiziell zu meinem Plan... Wie ist denn das? Eine fliegende Robbe? Dann Kogodin. Oh, ein Kogodin muss fliegen können. Das ist auf ein Geeks. Ah, das geist mich einfach nicht Schwache Leistung, Krokodil Und das, wenn du fliegen kannst Oh, ist das ein Babykatzchen? Kammel dich doch ein Du kommst jetzt in den Klammern Und dann fällst du nicht Ich glaube, siehst du so ein Tumor Ein Krieger töte, kein Andern ohne Grund Oh, da ist das tatsächlich so lange Rede Oh, Gott Das Ja, so Also, ja, ich glaube, ich habe ein Spielkoppel gemacht Er läuft halt nicht mehr Das war's mit dieser Folge Wenn ihr nichts weiter wollt, das Like, Abo oder Tschüss